Ja, hallo Leute, herzlich willkommen, danke fürs Einschalten heute zum Safe Games Sonntag, der ein bisschen anders ablaufen wird als sonst. Kleine Überraschung, aber ich habe es in den Let's Plays schon angekündigt. Ich möchte euch heute mal meinen privaten Spielstand zeigen und zwar den mit dem SK Sturm Graz. Ich werde es jetzt allerdings ein bisschen anders machen als bei den klassischen Safe Games, weil ich jetzt natürlich auch anders und ein bisschen mehr erzählen kann über den Safe selbst. Wir sind hier erst nach einem Jahr, das heißt, das ist jetzt natürlich noch keine langfristige Entwicklung erkennbar wie bei den Safe Games, aber ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn ich wirklich dazu komme und diesen Safe auch privat weiterspielen werde, dann werde ich es so machen, dass ich euch immer wieder zwischendurch mal was zeigen werde. Also vielleicht einmal im Jahr oder so, jedes Jahr im Sommer, dass ich euch da einfach auf den neuesten Stand bringe. Und ja, der Zeitpunkt ist jetzt gerade super. Wir haben den 1. September, wir haben gerade die Transferphase abgeschlossen, das heißt, ich kann euch wirklich zeigen, wie ich den Kader zusammengestellt habe und warum und wie das erste Jahr so gelaufen ist. Gleich mal vorweg, ich habe ganz am Anfang vom Safe, also ich habe, das ist nicht der Beta-Safe, da habe ich auch mit Sturm Graz gespielt, sondern ich habe neu begonnen. Und ich habe mir am Anfang dann gedacht, naja, sonderlich lang werde ich das nicht spielen, wahrscheinlich werde ich bald entlassen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es am Anfang bei mir gelaufen ist im letzten Jahr. Ja, also wenn man jetzt mal hernimmt, international, Champions League Quali haben wir Dynamo Kiew rausgeworfen und sind an Benfica Lissabon gescheitert, aber schaut mal in der Bundesliga. Sieg gegen Austria Wien, 3 zu 0 zur Saison start, relativ gut, dann Niederlage, Niederlage, Niederlage. Dann haben wir unentschieden, Niederlage, unentschieden. Ja, ich war auf jeden Fall, glaube ich, echt jetzt nicht mehr sonderlich weit entfernt von einer Entlassung. Und ich habe den Safe dann versucht rumzureißen. Und zwar habe ich am Anfang so gespielt, wie Sturm in echt spielt. Also ich habe versucht, dieses 4-4-2 mit Raute zum Laufen zu bringen und mir ist es in diesem Safe nicht gelungen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was hat der Kader so an Spielertypen und was kann ich daraus machen? Und ich bin dann tatsächlich auf die Fünferkette gekommen, so wie ich sie schon bei Barca gehabt habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz ein bisschen was. Wo fangen wir an? Dann, ja, wir können eigentlich eh gleich über das erste Jahr reden. Also ich habe es nicht geschafft, in die Champions League zu kommen, aber das ist jetzt nicht so weiter tragisch. Dafür waren wir fix in der Euroleague-Gruppenphase. Da hatten wir es gegen der Manchester United, Kluge und Gent. Und das ist richtig gut gelaufen. Wir sind 0 zu 5 in die Gruppenphase gestartet, also gegen die United waren wir chancenlos. Im Rückspiel zu Hause haben wir 2 zu 3 verloren. Was ich ganz witzig fand, in der 1. und in der 91. haben wir die beiden Tore gemacht. Also wir sind früh in Führung gegangen und dann aber leider untergegangen. Aber wir haben gegen Gent 4 Punkte geholt, wir haben gegen Kluge 6 Punkte geholt und sind dadurch in der Euroleague überwintert. Und da ging es dann weiter gegen Klub Brügge. Auswärts 0 zu 0, zu Hause 4 zu 1. Und dann bin ich an Fenerbahce gescheitert, was auch richtig bitter war. Das war ein sehr interessantes Spiel. Ich bin früh in Führung gegangen. Wir sehen hier den Doppelschlag durch Zakaria in der 4. und in der 6. Minute. Aber die haben mich richtig auseinandergenommen mit der Taktik. Und zwar sind die genau in der Schnittstelle von meinen Innenverteidigern. Also wenn du drei Innenverteidiger hast, ich zeige es euch vielleicht kurz einfach. Ne, die Taktik zeige ich noch nicht her. Fangen wir dann später. Genau in der Schnittstelle meiner Innenverteidiger sind die Außenstürmer reingelaufen und haben dann jedes Mal Überzahlsituationen gehabt. Und so habe ich, ich glaube, 2 der 3 Tore gekriegt. Und auswärts bin ich dann 0 zu 3 untergegangen. Was mich überrascht hat, weil so stark war der Kader von Brügge jetzt eigentlich nicht, hätte ich mir mehr ausgerechnet. Gut. Was war sonst kurios? Wir haben tatsächlich im Viertelfinale so wie Sturm in echt gegen Salzburg gespielt und es ging tatsächlich ins Elfmeterschießen. Nur dass ich dieses Elfmeterschießen dieses Mal nicht gewinnen konnte, während Sturm in echt natürlich dieses Elferschießen gewonnen hat. Aber ich habe eine absolute Serie gestartet. Wir haben hier gegen Salzburg gewonnen 3 zu 2. Wir haben hier gegen Salzburg gewonnen 4 zu 2. und tatsächlich war es dann so, dass ich irrsinnig, irrsinnig ungünstig und knapp Vizemeister wurde. Und zwar gehen wir hier auf die Meisterschaftsgruppe. Ich war einen Punkt hinter Salzburg. Und wenn wir jetzt im Kopf haben, wie viel ich am Anfang vergeigt habe mit den unnötigen Niederlagen gegen, ich weiß nicht, was da alles dabei war, dann wäre ich im ersten Jahr locker Meister geworden, wenn ich von Anfang an schon die passende Taktik gefunden hätte. Ich habe da sicherlich 10 Punkte liegen gelassen am Anfang und dementsprechend habe ich da schon gemerkt, okay, mit dieser Mannschaft ist wirklich was drin und man merkt es ja bei Sturm in echt auch gerade. Also jetzt haben sie ja Salzburg aus dem Pokal geworfen und auch gegen rapides Auftragsspiel am Freitag gewonnen. Da ist was am Entstehen. Die Mannschaft kann wirklich was und der Abstand auf Salzburg wurde auf jeden Fall kleiner. Dementsprechend finde ich das Ganze schon mal ganz nett und auch nicht so unrealistisch. Ja, schauen wir uns vielleicht mal auf die Transfers. Gehen wir mal auf das als erstes ein. Ich habe schon einiges gemacht. Ich habe im ersten Jahr insgesamt für 4 Millionen Spieler gekauft, habe 1,6 nur eingenommen, wobei man da auch sagen muss, dass ich, wie sage ich das jetzt zum Besten, wir hatten natürlich auch mehr als genug Transferbudget durch die internationale Gruppenphase, durch den Verkauf von Rasmus Heul und hast du, der ja 17 Millionen in die Kassen gespült hat, bevor der Safe begonnen hat, hast du von Beginn weg, glaube ich, schon 2,5 oder 3 Millionen. Und ja, ich habe dann begonnen. Ich habe, so wie Sturm in echt es gemacht hat, einen Torhüter verpflichtet, und zwar den Ivan Nevisdic. Der ist mittlerweile nur noch auf 2,5 Sternen von den Fähigkeiten her, außer das sieht man jetzt gerade nicht so. Ich mache ihn mal auf. Aber man sieht schon, dass der halt ein ganz anderer Spielertyp ist als der Sturmtorhüter Jörg Siemanl. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr groß gewachsener Keeper, der super bei hohen Bällen hat, wahnsinns Reflexe. Und in der Hinrunde habe ich ihn mit Jörg Siemanl abgewechselt. Aber Nevisdic hat sich dann tatsächlich sowas von behauptet, gerade in der Rückrunde war der sensationell, dass ich ihn dann halt zum Stammkeeper befördert habe. Er hatte vorhin auch im Vertrag die Rolle Ersatztorhüter. Und ich finde, dass er sich sehr gut macht, aber dass es trotzdem so ist, dass sich die Mannschaft momentan so gut weiterentwickelt, dass das jetzt so die nächste Position ist, wo ich vielleicht einen Schritt weiter gehen muss und noch einen stärkeren Keeper holen muss. Dann 5er Kette. Das heißt, ich spiele mit drei Innenverteidigern. Und wenn ich jede Position doppelt besetzt haben will, brauche ich sechs Innenverteidiger im Kader. Mir war es wichtig, dass gerade die äußeren Innenverteidiger sehr spielstark sind. Dementsprechend habe ich den hier geholt, Adrian De La Fuente als Backup. Der ist eher schnell, dafür nicht der größte mit 1,79 und der Sprunghöhe, aber für die außen, die äußeren Positionen habe ich mir gedacht, war es egal. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. Hat gut performt. Hat im ersten Jahr 14 Mal gespielt. Die Noten waren da immer über 7. Und jetzt in dem Jahr sehen wir, dass er auch wieder eine 7,03 hat. Also er hat sich sehr, sehr ordentlich präsentiert. Für 97.000 wirklich ein Schnäppchen. Gut, dann habe ich den hier geholt. Alvaro Aguado. Und zwar als Ersatz für Stefan Hierländer. Eigentlich geplant. Also ich habe, bei Hierländer lief der Vertrag aus. Und ich habe ihn nicht wirklich brauchen können. So ehrlich muss ich sein. Also es ist leider so, dass ich ihn für die Stammmannschaft nicht brauchen konnte. Ich wollte jetzt einen 31-Jährigen damals nicht weiter verlängern, weil er halt auch viel Geld verlangt hat. Und habe ihn dann auf die Transferliste gesetzt. Mir ist es dann gelungen, ihn für 26.000 dann Victoria Pilsen zu verkaufen. Lustigerweise in unserem Tschechien-Safe ist er auch dort hingegangen. Und habe dann aber schon am 1.1. den Aguado gekauft. Der war ablösefrei. Der war zu Beginn Real Valladolid. Und ich bin absolut begeistert von dem. Also zwei Tore, drei Vorlagen klingt jetzt nicht überragend. Aber ich finde einfach, dass der sensationell ist und schaut auf den Marktwert. Also das war ein richtig guter Transfer. Auch wenn es jetzt natürlich kein Österreicher ist. Dann habe ich mir rechts außen den hier geholt. Als Backup, weil ich dann nicht zufrieden war mit Ingolic. Den haben wir hier. Den habe ich auch abgegeben, weil der halt einfach vom Niveau her leider nicht stark genug war. Als Backup okay. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich den nächsten Sprung machen möchte und den Abstand auf Salzburg verkürzen, brauche ich mehr Qualität. Da habe ich den Nadir Sortea von Atalanta Bergamo gekauft. Und der ist einfach richtig stark. Also der hätte eigentlich das Zeug Stammspieler zu spielen bei uns. Dementsprechend bin ich mit dem Transfer super zufrieden. Und dann habe ich noch Angouiné geholt, den man von Salzburg oder von der Eintracht kennt, weil es halt auch wieder einer ist, der am Ball ganz brauchbar ist, der körperlich richtig gut ist und der halt einfach auch vom Alter her sehr, sehr gut passt, um die Verteidigung zu stärken. Das Problem war nämlich bei Sturm, dass die Innenverteidiger, hier haben wir Komposch und Geierhofer, das sind zwei Österreicher, die ich dann verliehen habe, nicht spielstark sind. Also das sind zwei junge Talente. Wir sehen hier, also da reicht es auf jeden Fall nicht von der Qualität her und Niklas Geierhofer, Passwert von 9. Also ich möchte es da auf jeden Fall zweistellig haben. Mir ist das zu wenig, um ganz ehrlich zu sein, weil ich eben von hinten raus spielen möchte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte es wirklich so durchziehen, dass ich die Spieler kaufe, die wirklich genau zu der Taktik passen. Auch wenn ich dann zum Beispiel jetzt mal den De La Fuente hole, der für einen Innenverteidiger für mich normalerweise viel zu klein ist. Aber für die Taktik passt super. Ja, das waren die Einkäufe. Ich habe das Top-Talent William Böbing verliehen an Hannover, weil der eigentlich ein klassischer Flügelspieler ist. Bei Sturm spielt er ja momentan auch eher Stürmer oder auf der 10, jetzt ist er verletzt. Bei ihm war es so, dass ich ihn in dem Hof Hannover verliehen habe. Da hat er nicht so wirklich gespielt. Acht, ja, acht Tore und, äh, acht Einsätze, ein Tor. Dann kam er zurück in der Winterpause und hat in neun Einsätzen bei uns fünf Tore gemacht und drei Assists. Ich habe ihn nämlich zum Stürmer umgeschult. Und auch in dem Jahr wieder zwei Tore, zwei Assists. Der performt richtig gut. Warum Stürmer? Er bringt eigentlich alles mit. Also der Abschlusswert müsste ein bisschen besser sein und er braucht noch mehr Kraft und Sprunghöhe. Aber ansonsten ist er wirklich top. Jo, dann, ähm, Schützenauer, den Ersatzkeeper, den habe ich, ähm, verliehen. Mittlerweile ist er vereinslos. Ja, da wollte ich halt auch die Qualität verbessern. Ingolic habe ich euch eh schon gezeigt. Fuseini ist auch so ein Talent aus der zweiten Mannschaft, den ich jetzt zum zweiten Mal verliehen habe. Schauen wir mal, was aus ihm wird. Im Jahr darauf habe ich ordentlich Transferplus gemacht. Und, ja, leider, leider habe ich das Transferplus gemacht, denn einer meiner Lieblingsspieler, Alexander Pras, konnte ich leider nicht halten. Da kam ein Angebot aus der Premier League und zwar von Crystal Palace. Der Pras war bei mir gesetzt in der Mannschaft, hat 24 Einsätze gehabt. Ich habe natürlich viel rotiert wegen der Gruppenphase, 24 Einsätze und eine Siebernote. Jetzt hat er schon zweimal in der Premier League gespielt und performt dort nicht ganz so gut. Den werde ich auch gleich mal auf die Auswahlliste tun für den Fall, dass ich den irgendwie mal zurückholen könnte oder so. Habe es auf jeden Fall sehr, sehr schade gefunden. Dann ging leider auch Kitischwili. Bei ihm war es das Problem, dass der einen neuen Vertrag wollte und der wollte unfassbar viel Geld. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Fähigkeiten von ihm anschaut, da ist ein Aguado, der Spanier, den ich euch vorhin gezeigt habe, stärker. Und mir war es das einfach nicht wert. Also ich habe versucht da schon auch noch auf die Gehälter zu achten. Interessanterweise verdient jetzt bei Levante 350, also ich glaube sogar weniger als bei Sturm am Anfang. Aber ich habe 5 Millionen für ihn bekommen. Jo, der nächste Abgang, der mir auch sehr leid tut, weil ich Gregory Wüthrich unglaublich cool finde, das ist halt jetzt wieder dieser Innenverteidiger-Typ, der nicht so wirklich zu meiner Taktik passt. Das Problem ist, also ich habe den jetzt erst vor kurzem verkauft, das Problem ist einfach, dass der nicht spielstark genug ist. Also mir persönlich kommt vor, dass vielleicht der Pass wieder ein bisschen zu schwach ist. In echt kommt er mir ein bisschen spielstärker vor. Das ist halt so ein wuchtiger Innenverteidiger, körperlich stark, defensiv, super stark, mental gut. Es ist ein richtig starker Innenverteidiger, aber es ist nicht das, was ich vom Typ her brauche für die Taktik. Dementsprechend habe ich mich hier entschieden, ihn zu verkaufen. Den Ersatz zeige ich euch dann gleich. Links hinten, David Schneck, technisch leider etwas limitiert, dementsprechend habe ich ihn auch abgegeben. Ich habe halt wirklich, wie man hier sieht, versucht, schrittweise die Mannschaft stärker zu machen. Jörg Siebenhandel war dann nicht glücklich mit seiner Rolle, dass der hinter Nevis die Nummer 2 war und dementsprechend habe ich ihn dann abgegeben für eine Million. Ist für einen 33-Jährigen glaube ich echt okay. Und dann habe ich die Talente Kronberger, Komposch, Bacher, Busseini und Timothy Obi. Von dem habe ich euch ja schon in der Beta erzählt, also für diejenigen, die es verpasst haben. Ich war sein allererster Jugendtrainer in echt. Ich finde das immer ganz cool. Er ist jetzt mittlerweile auch in der zweiten Mannschaft von Sturm und spielt hauptsächlich in der U18-Liga in Österreich. Ich habe die Geschichte eh schon mal erzählt, aber ich erzähle es kurz nochmal. Ich habe ja tatsächlich zwei Jugendmannschaften trainiert und das war damals die U10 südlich von Graz und da stand er dann mit seinem, ich glaube Stiefvater und seinen zwei Geschwistern, die beide bei Sturm spielten oder spielen plötzlich beim Training und hat mich angesprochen bzw. der Stiefvater, ob er denn nochmal mittrainieren könnte, er würde gerne in einem Fußballverein spielen. Und der war für für sein Alter damals schon relativ groß und er hat gesagt, dass er halt gerne im Tor ist und das hat super gepasst und der Junge war sensationell. Also was der für eine Ruhe ausgestrahlt hat und für eine Fangsicherheit, der war wirklich der geborene Keeper und hatte auch extrem viel Spaß dabei und den habe ich dann zwei Jahre lang trainiert. Dann ging er zum GRK in die Jugend und dann zu Sturm. Und da ist er jetzt in echt noch, also ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass es noch klappt bei ihm und versuche ihn halt auch hier in diesem Safe dann zu fördern, natürlich wegen der Geschichte, die ich persönlich mit ihm habe. Jo, ich habe aber natürlich das Geld auch reinvestiert. Wir erinnern uns an Uros Racic, den habe ich für das zentrale Mittelfeld geholt, eigentlich so als Alexander Prasersatz. der hat sich am Anfang gleich mal schwer verletzt, aber, also schwer, ein paar Wochen, ist jetzt zurück in der Mannschaft, schaut euch den Marktwert an. Racic hat mir bei Malaga damals so gut gefallen, dass ich ihn jetzt hier auch wieder verpflichtet habe. Dann habe ich auf der 10 Stadt Kiteshvili Bruno Costa verpflichtet, einen Portugiesen, der mir auch richtig gut gefällt und der wirklich stärker ist als er. Der will nur 430.000, ich glaube, Kiteshvili wollte bei der Verlängerung 700, also guter Deal. Dann habe ich links außen noch einen gebraucht, da habe ich als, statt diesem David Schneck, habe ich Oliver Sanden geholt, einen Schweden, der noch mehr Potenzial hat und, ja, im Moment, ich bin erst ein paar Mal spielen lassen, performt er noch nicht so gut. Dann habe ich halt selbst schon gemerkt, dass ich ein bisschen ein Problem habe, weil ich ja einige Österreicher verkauft habe und hauptsächlich Legionäre geholt. Das war jetzt nicht unbedingt geplant, ich habe halt immer wieder geschaut, auf den Positionen, wo ich wen gebraucht habe, wo kann ich Österreicher holen. Das Problem ist, die, die mir wirklich qualitativ weitergeholfen hätten, die kosten halt 5 bis 10 Millionen mindestens und dementsprechend war es schwierig, aber ich habe den David Nemeth, der schon mal bei Sturm Graz war, zurückgeholt, als Innenverteidiger-Backup. Der ist nämlich auch am Ball sehr stark, gute Technik, das heißt, mit dem kannst du das Spiel auch von hinten super aufbauen und ist trotzdem so wuchtig. Das ist quasi der Wütrich-Ersatz. Und wenn wir jetzt schauen, bis zu 2,3 für Wütrich habe ich 1,7 bekommen, Nemeth ist 6 Jahre jünger und Österreicher. Also das war so ein Deal. Auf das möchte ich eigentlich in Zukunft jetzt Wert legen, dass mir das halt auch weiterhin gelingt. Dann, Torwarttalent, mittlerweile in der zweiten Mannschaft, Andreas Dietmar, da waren einige Klubs interessiert und zwar einige Klubs, die auch wirklich in Top-Ligen spielen. Also ich glaube, der BVB war unter anderem immerhin interessiert, weil er halt super viel Potenzial hat. Den möchte ich aufbauen. Schauen wir mal, ob aus ihm was wird. Und ja, den haben wir noch Felix Bacher. Da haben wir wieder einen Österreicher geholt. Den habe ich momentan aber gleich verliehen, weil der auch am Ball schon relativ gut ist mit 11 und ja, ganz solider Innenverteidiger. Der war ablösefrei im Sommer, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Dann habe ich mir noch einen Torwart geholt für die zweite, nämlich Valentin Oelz. Dazu muss man sagen, ich habe insgesamt drei Torhüter geholt im zweiten Jahr. Ich habe aber auch drei abgegeben durch Vertragsabläufe. Oelz ist eben auch ein gutes österreichisches Talent. Der spielt auch in der zweiten Mannschaft. Also da müssen wir jetzt dann einfach schauen, wie wir die ganze Rotation hinbekommen, dass die halt alle irgendwie Spielzeit bekommen. Ich habe versucht, die Torhüter zu verleihen, aber das hat leider nicht geklappt. Dritter Torhüter in der ersten Mannschaft ist Fabian Ehmann. Der kommt aus der Sturmjugend. Ich habe ihn einfach als dritten Torhüter verpflichtet, um da einen noch zu haben auf der Tribüne und da haben wir einen Österreicher und Eigengewächs. Dann Oh, ich habe vier Torhüter geholt. Ne, doch nicht. Drei. Passt schon. Luca Unbehaum, mein Ersatzkipper. Irgendwann ist das echt chaotisch, wenn ich das jetzt so erzähle mit den Torhütern. Jetzt fällt es mir erst so richtig auf. Aber man muss sagen, im ersten Jahr Siebenhandel, Schützenauer, Giuliani, drei Tore, da habe ich abgegeben im ersten Jahr. Dementsprechend musste ich da komplett umstrukturieren. Ah ja, noch irgendjemanden, glaube ich. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, noch wen. Auf jeden Fall musste ich da eben komplett umstrukturieren. Luca Unbehaum war halt auch ablösefrei. Dementsprechend konnte ich mir den nicht entgehen lassen. Dann Österreicher Alexander Borkowitsch ist aktuell bei Sturm, ist aktuell geliehen von Hoffenheim. Vertrag ist ausgelaufen. Deswegen habe ich ihn nach der Laie fix verpflichtet und genau das ist der Spielertyp, den ich haben möchte bei mir in der Taktik, nämlich einen körperlichen und spielstarken Innenverteidiger. Der ist für mich der Inbegriff, deswegen, obwohl seine Fähigkeiten jetzt gar nicht so gut eingeschätzt werden mit drei Sternen, hat der bei mir Stamm gespielt. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sagen wir es vielleicht kurz her. 24 Einsätze im letzten Jahr, super Noten und hier jetzt in dieser Saison auch vier Einsätze. Gut, dann habe ich für die zweite Mannschaft, weil ich dort auch einige Spieler gehen habe lassen, die jetzt nicht so viel Potenzial hatten, noch ein paar junge Spieler geholt. Den kennt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, den haben wir irgendwo mal gescoutet, richtig viel Potenzial, ein 20-jähriger Este. Der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft, die zweite Mannschaft ist im Ligasystem in der zweiten Liga in Österreich, also perfekt. um diese Jungs zu entwickeln. Der hat auch schon ein Passwert von 10, also den werden wir schon noch raufkriegen und hat super Ansätze. Dann Hugo Lamy, ein Schweizer. Da habe ich gehofft, dass der sich mit der Zielstrebigkeit ein bisschen besser entwickelt, als hier eigentlich geschätzt wird, aber er verdient nur 25.000, also das passt schon. Dann haben wir Papi Sako aus dem Senegal, der mir auch ganz gut gefällt, wobei der halt nicht das mitbringt vom Passwert her, was ich mir eigentlich erwarte. Aber ich brauche halt auch Qualität in der zweiten Mannschaft, damit mir die nicht absteigt. Da gibt es hier den noch, den Mustafa Solé, damit haben wir den dritten Innenverteidiger, der eigentlich auch ganz cool ist. Ja, und da habe ich noch den Ducouré geholt, der ist ein offensiver 19-Jähriger, aber auch der hat jetzt eigentlich gar nicht so viel Potenzial, also das wurde mir am Anfang glaube ich auch ein bisschen mehr angezeigt. Und dann muss man noch, genau, habe ich noch gemerkt, dass mir eine Position fehlt, nämlich im offensiven Mittelfeld der Backup und dann habe ich den geliehen im Moment mal, Ivan Kubilic, ein Kroate, der richtig viel Potenzial hat und ich habe eine Kaufoption verankert in der Höhe von 2,7. Die werde ich eventuell dann ziehen, wir schauen mal wie gut er performt, aber er hat jetzt in den zwei Einsätzen, die er in der Liga gemacht hat, bereits einmal getroffen. Also soweit jetzt mal meine Transfers im ersten Jahr, im ersten und im zweiten Jahr. Jetzt zeige ich euch mal kurz meine Mannschaft und da sehen wir natürlich schon, dass der Kern nach wie vor sehr österreichisch ist, aber es ist halt echt weniger geworden, also das ist eigentlich das, wo ich ansetzen möchte, vor allem, weil da jetzt dann auch einige Spieler dabei sind, die eigentlich keine große Rolle spielen, die hier Österreicher sind, also von den Stammspielern her ist David Affengruber, der hat jetzt am Freitag das Siegtor gegen Rapid geschossen in der 91. Minute, ist halt auch so ein Innenverteidiger, wie ich es brauche, das heißt relativ spielstark und ja, könnte ein bisschen eine bessere Sprunghöhe noch haben. Ich würde sagen, gehen wir vielleicht auf die Gehaltsstruktur, Ratschitsch-Teuerster, dann haben wir Emanuel Emega, der hat den Golden Boy letztes Jahr gewonnen, der hat 19 Tore gemacht in 26 Einsätzen, aber das Spannende war international, der hat international in 11 Einsätzen 11 Tore gemacht und der hat tatsächlich den Golden Boy gewonnen. Ich habe seinen Vertrag verlängern können, weil jetzt wieder einige Vereine an ihm dran waren, dafür hat er jetzt ordentlich Geld kassiert, aber der hat einen super Marktwert und der wird sicherlich mal ein Top verkauft werden. Ja und dann kommt hier schon Soratea, der eigentlich nur Backup ist und hier zum Beispiel noch Jakob Janscher, Legende in Graz, der hat 2005 seine Karriere bei Sturm begonnen, ging dann 2010 zu Salzburg, aber nach einigen Auslandsstationen kehrte er 2017 zurück und ist seitdem wieder in Graz und bei ihm ging es eigentlich jetzt körperlich schon ordentlich bergab, man sieht es hier, aber der hat jetzt in diesem Jahr hauptsächlich in der Liga gespielt, international haben dann die anderen gespielt und er hat in vier Spielen vier Tore gemacht, also er kann es nach wie vor, ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass er jetzt dann sagt, er möchte am Ende der Saison seine Karriere beenden, weil der verdient 600.000, ich möchte ihn eigentlich um das nicht verlängern, aber ich möchte nicht, dass der noch irgendwo anders hingeht, ich möchte wirklich, dass der seine Karriere als Legende hier beendet und dann Mitarbeiter wird, schauen wir, ob es was wird. Jo, von den Marktwerten her haben wir eh schon gesehen, mega Spitzen, Spitzenmarktwert von 16 bis 21, dann nochmal Ratschits, Aguado. Jo, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Taktik selbst. Also, das ist jetzt eine Taktik, die für mich sehr untypisch ist, ich spiele wenig mit Standardrollen, aber hier habe ich es mir angewöhnt, Standardrolle, einfach nur zentrales Mittelfeld auf Support und hier vorne offensiver Mittelfeldspieler. Ich habe eine zweite Taktik gehabt am Anfang, wo ich hier noch einen Sechser hatte und das war, da habe ich mich dann erinnern können an den Barca Save und einen Kommentar von euch, und zwar war es dann so, dass der Sechser als zurückgezogener Spielmacher ständig im Spielaufbau dem Innenverteidiger im Weg gestanden hat. Das heißt, das war dann die ganze Zeit so, dass die eigentlich die gleiche Position hatten, das war komplett unnötig. Und wenn du jetzt hier, sagen wir in der Offensive bist und du kriegst einen Konter, hast du noch immer drei Leute in der Restverteidigung mindestens, weil die nicht mit nach vorne gehen, du brauchst dann nicht noch einen Sechser, der absichert. Das war nicht notwendig, deswegen habe ich lieber einen Zehner gebracht, der verbindet die Stürmer super mit dem Mittelfeld und ja, so sieht es im Moment aus bei mir. Das ist eigentlich momentan die Mannschaft, mit der ich spiele, wobei ich sagen muss, dass Ratschitsch wahrscheinlich noch für Horvath in die Mannschaft rückt, aber der war eben lange verletzt, aber das ist eigentlich so, kann man sagen, meine stärkste Mannschaft. Jetzt schauen wir vielleicht mal kurz die Spieler einfach durch. Nevis Tic habe ich euch schon gezeigt, Angouiné auch. Ja, Abwehrchef ist John Stankovic. Bei ihm ist es ein bisschen schade, dass er defensiv nicht stärker ist, also Tackling und Deckung 13 sind jetzt nicht überragend, aber er ist halt am Ball super, er ist mental und körperlich super, den habe ich hinten hier, damit er mein Spiel organisiert. Dann die beiden Außenverteidiger, die sind bei Sturm auch in echt, nämlich rechts Gassi Begovic, da ist mittlerweile aber Sorte ja sogar stärker. ASV interessiert, der hat auch, ASV hat auch mehrere Angebote abgegeben, die habe ich aber alle abgelehnt. Und Amadou Dante, ja, der natürlich auch sehr, sehr stark ist, vor allem körperlich und mental, technisch ist er absolut limitiert, also das ist relativ gut getroffen, weil es in echt eben auch so ist. Also was der teilweise Flanken spielt, furchtbar, auf jeden Fall, ja, hat einen richtig guten Marktwert, auch da ist der HSV interessiert, schauen wir mal, da habe ich auch Angebote aus England schon abgelehnt für ihn. Dann haben wir den Tommy Horvath, der mir richtig gut gefällt, also der ist im Sommer schon zur Sturm gekommen, im Sommer letzten Jahres, 22, ja, und der ist einfach ein genialer Spieler. Hat auch noch Verbesserungspotenzial, ist Linksfuß und deswegen ist er jetzt eigentlich so in die Rolle von Alexander Pras reingerückt, denn das war jetzt hier diese Rolle, wo ich eben, ja, die Situation hatte, dass wir da diese Lücke hatten, dadurch, dass Pras gegangen ist und das passt einfach super daher. Also ich bin sogar am überlegen, ob ich das irgendwie noch anders löse, dass Horvath in der Mannschaft bleibt, aber er wäre eigentlich vor allem weil er hier auch Rotationsspieler ist, der erste, der dann für Racic weichen müsste. Gut, Aguado habe ich euch eh schon gezeigt, ist ein Spielmachertyp, der aber auch defensiv was drauf hat, deswegen gefällt er mir für die 8 ganz gut. Dann haben wir den Costa auf der 10, das ist auch ein, ja, klassischer Spielmachertyp, der sehr beweglich ist, körperlich jetzt nicht der stärkste, also nur 1,73 und wenig Kraft, aber das braucht er hier nicht, der muss beweglich sein und die Bälle gut verteilen können und das kriegt er auch ganz gut hin. Die Noten sehen wir hier, da ist er ganz ordentlich unterwegs bisher, aber der ist eben jetzt erst im Sommer gekommen. Dann, Spieler des Jahres in Österreich, im letzten Jahr, bei mir im Safe, war Mann, Pritz Zakaria. Ich habe den auch, hier sehen wir Flügelspieler, ich habe den immer als Stürmer verwendet und der funktioniert sensationell. Letztes Jahr 17 Tore, 7 Assists, Durchschnittsnote 7,5, unglaubliche Werte, hat international auch dreimal getroffen, also der gefällt mir extrem gut. Bisher hat er es noch nicht geschafft, für das Nationalteam zu debütieren, der FC Turin ist an ihm interessiert, er glaubt langsam, dass er einen neuen Vertrag verdient, das stimmt auch. Ja, gefällt mir richtig gut, Champions League Quali, bisher vier Tore in vier Spielen. Dann, Emanuel Omega, haben wir eh schon gesagt, der ist letztes Jahr Torschützenkönig geworden, der hat noch zwei Tore mehr gemacht, mit 19 Toren, und ja, da braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen. Dann haben wir die Backups eben, das heißt, ich spiele hier mit De La Fuente, mit Borkovic und mit Nemet als Innenverteidiger-Backups, dann habe ich noch den Sortier rechts, den Sanden links, dann haben wir für das zentrale Mittelfeld den Radzic, und auch einen Sturmgrad-Spieler, der mir sehr gut gefällt, der ja Sturm leider in echt im Sommer verlassen wird, Ivan Lubitsch. Also ich bin eigentlich großer Fan von ihm, ich finde das wahnsinnig schade, aber ich kann mir vorstellen, dass er eben in echt nicht wirklich zufrieden ist mit seiner Spielzeit. Hier gefällt er mir relativ gut, ist Backup, spielt jetzt hauptsächlich in der Liga, während ich international spiele. Also ich habe wirklich, die zweite Mannschaft ist relativ stark, dass ich mit der in der Liga spiele und mit dieser Mannschaft hier in den internationalen Wettbewerben. Jetzt muss ich schauen, wen ich euch noch nicht gezeigt habe. Noch nicht gezeigt habe ich euch ihn hier noch, Wessel De Marco, das ist ein Spieler für die Breite, zusätzlicher zentraler Mittelfeldspieler, den ich nicht verliehen oder verkauft habe, wegen möglichen Verletzungen. Wir haben es jetzt bei Radzic gemerkt, da kann es dann halt knapp werden, da hat er dann jetzt schon fünfmal in der Saison gespielt. Ist ein klassischer Spieler für die Breite, hat nicht mehr wirklich viel Potenzial. Die jungen Talente habe ich euch noch nicht gezeigt. Da gibt es den Moritz Wels, den hier. Der ist mental und körperlich super, technisch kann der eigentlich bis auf Weitschüsse nichts. Nein, er kann wirklich technisch, also die Werte technisch sind richtig schlecht. Deswegen habe ich ihn auch schon so ziemlich überall eingesetzt, wo ich ihn brauchen konnte. Also der hat bei mir Linksverteidiger gespielt, Rechtsverteidiger, der hat Stürmer gespielt, der hat im zentralen Mittelfeld gespielt. Wo ich ihn irgendwie brauchen kann, wechsle ich ihn ein, damit ich ihn fördere und das funktioniert auch ganz gut. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wirklich noch eine Position bei ihm rauskristallisierde. Also wenn ihr eine Idee habt, was ich mit Moritz Weis machen könnte, dann würde es mich sehr interessieren. Bitte ab in die Kommentare. Dann haben wir noch das Duell, äh, Duell, das Talent Nico Lieber, den habe ich aus der zweiten Mannschaft auch hochgezogen. Auch notgedrungen, weil ich im zentralen Mittelfeld Verletzungsbecher hatte. Sein großer Vorteil ist, der ist Linksfuß, offensiv wie defensiv stark, körperlich gut und, ja, ganz solides Talent. Dementsprechend hat er jetzt auch schon debütiert bei mir und den habe ich auch hochgezogen, den Jonas Löcker, Innenverteidigertalent. Ja, schauen wir einfach mal, der wird mittrainieren und vielleicht mal debütieren, hat er bisher noch nicht. Aber, ist ein ganz interessanter. Wir haben aber in der zweiten Mannschaft sicherlich talentiertere Spieler. Ich zeige euch nochmal kurz hier. Die habe ich euch schon gezeigt. Dann gibt es hier den Stürmer Leon Grigic, junges, 17-jähriges Sturmtalent. Dann haben wir die, die ich euch eh schon gezeigt habe, da haben wir jetzt New Gens, Patrick Riedl zum Beispiel. Das ist ein New Gen. Und die zweite Mannschaft, die ist eben momentan Achter in der zweiten Liga. Das heißt, hier im Mittelfeld, da müssen wir halt einfach schauen, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In 018 haben wir dann hier auch noch ein paar New Gen Talente. Wobei ich die New Gen Faces noch nicht eingefügt habe. Das sind die Faces aus einem meiner Let's Plays. Genau. Aber da haben wir auf jeden Fall auch noch talentierte Spieler, die sich schön nach oben entwickeln. Also das läuft relativ gut. Was übrigens auch gut läuft, ist die Saison im internationalen Bereich. Wir haben Basel aus der Champions League Quali geworfen. Relativ knapp dann das Rückspiel. Da habe ich noch ordentlich gezittert. Dann Spotting Lissabon auswärts 0-0, aber zu Hause 4-1. Das war unglaublich. Vielleicht zeige ich euch einfach mal kurz die Highlights. Wir schauen uns einfach die Tore an. Also wir erinnern uns, Hinspiel 0-0. Und jetzt schauen wir kurz auf die Tore. Wir sehen hier Horvath mit dem tollen Pass in die Tiefe und der Linksverteidiger Dante zieht nach innen und lässt den Torwart Neto aussteigen. Dann haben wir hier den zwischenzeitigen Ausgleich. Nevis Tic wehrt ihn zur Seite. Hab dann nicht so eine gute Figur gemacht. Und Trincao mit dem Tor. Dann Aguado. Toller Pass in die Tiefe. Wird aber geklärt für das Erste. Und da habe ich gedacht, dass das Absatz ist. War dann aber keines. Dann hier das 3-2-1. Omega wieder aus Mann Prizakaria. Schön ins lange Eck abgeschlossen. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das könnte halt wirklich was werden. Und dann Aguado auf William Böwing. Der junge Däne. Und dann ist er mega genau da, wo er stehen muss. Und damit haben wir tatsächlich Sporting rausgeworfen. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann ging es in die Champions League. Da habe ich die Auslösung bekommen. Sparta, Prag, Manchester City und Bayern München. Und allein wenn ich mir die Wochen hier so anschaue, Manchester City, Salzburg, Austria, Wien, Bayern München, Rapid Wien. Es wird ein heftiger Herbst. Aber schauen wir mal, was drin ist. Also ich möchte in diesem Jahr unbedingt irgendwie Salzburg angreifen, wenn es geht. Ich habe jetzt auch relativ gut in der Liga gestartet. Also wir haben hier gegen Rapid dann spät noch gewonnen. Wir haben knapp auch hier spät 90. Minute des 2-1 gegen Wattens gemacht. Hier war es nicht wirklich überzeugend. Was ich halt sagen muss ist, und das finde ich so cool an dieser Mannschaft im Moment, dass wir eben auch diese Spiele gewinnen, die nicht so gut laufen für uns. Also das ist eine schöne Geschichte. Ja, von den Finanzen her schaut super aus. Wir sind jetzt bei 31 Millionen. Also wenn man sieht, wo wir hier angefangen haben, bei 5 hat sich das schön nach oben entwickelt mit den Verkäufen und natürlich auch der Champions-League-Gruppenphase. Und da müssen wir dann halt einfach schauen, wie es sich denn so weiter entwickelt. Ja. So ist es, liebe Leute. Gut. Ich bin schon gespannt, was ihr zu meinem privaten Safe sagt. War heute mal ein bisschen eine Abwechslung. Ich hoffe, die Überraschung, die ist mir geglückt, ihr heute am Safe Game Sonntag. Vielen, vielen Dank generell für eure Saves, die ihr mir geschickt habt. Schickt mir ruhig so viele, also schickt mir ruhig so viele, ihr wollt, klingt ein bisschen blöd, aber schickt mir einfach. Ich habe diese Woche, glaube ich, wieder drei oder vier Saves bekommen. Ich möchte nämlich sonst am Ende des Jahres, wenn ich mit den Let's Plays dann fertig bin oder so, vielleicht einfach mal eine Safe Game Woche oder sowas machen. Also schickt mir einfach und wenn ich da 30, 40 auf Lager habe, dann ist es auch cool, dann freue ich mich natürlich auch darauf. Gut, Leute. Dann bleibt mir sonst nicht viel zu sagen, außer, dass ich mich bedanke bei euch und hoffe, wir sehen uns morgen beim Bordeaux Safe wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.